Technologie treibt Wandel und Fortschritt. Als SGL Carbon leisten wir dazu einen wesentlichen Beitrag. Wir erforschen und entwickeln Lösungen für die großen Zukunftsthemen. Nachhaltige Mobilität, neue Energien und Digitalisierung. In Carbon Campus haben wir geschaffen, die wesentlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an einem Ort zu konzentrieren. Das Faszinierendste an dem 3D-Druck ist die Designfreiheit. Bislang kann man Kohlenstoff nur durch Bohren, Drehen, Fräsen in Form bringen. Jetzt schaffen wir es, ultrakomplexe Geometrien zu erzeugen. Man kommt sehr, sehr schnell zu einem Bauteil, welches man in die Hand nimmt. Der Kunde gibt uns Feedback. Das können wir wieder integrieren. Damit kommt es zu einer Beschleunigung des ganzen Entwicklungsprozesses. Es eröffnet neue Dimensionen. Wir befinden uns hier in unserem Lightweight & Application Center. Das ist im Prinzip ein Technikum. Wir decken hier alles ab, von der Bauteilkonzeptionierung bis hin zu Komponenten, um so den Kunden attraktive Composite-Bauteile anbieten zu können. Wir betreiben gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Augsburg das Fiber Placement Center. Wenn bei einem Traditionsstandort wie hier in Weiting über 200 Mitarbeiter an Forschungstechnologiethemen arbeiten, ist einfach ein viel besserer Austausch da. Wir können mit den Leuten, die hier an der Faserentwicklung arbeiten, den Grundstoff modifizieren und auch mit dem Prüflabor zusammen die Messdaten erarbeiten. Wir sind hier interdisziplinär aufgestellt. Wir haben einen Bereich für die Vermessung der Bauteile, ein Labor für die chemischen Analysen. Wir können beispielsweise bei Prüfmaschinen vom Centinuten-Bereich bis hin zum dreistelligen Kiloneuten-Bereich messen. Die Prüfung dieser Werkstoffe kann man kaum extern durchführen. Dazu braucht es Fachpersonal. In dem neuen Batterieanwendungslabor haben wir Räume mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Räume mit kontrollierter Temperatur, um die Zelle zu bauen und die Zelle zu testen. Für ein Auto, wir brauchen eine Schnelllademöglichkeit sowie eine große Reichweite. Wenn wir auf ein Mobilgerät schauen, die Eigenschaften sind komplett unterschiedlich. Fast für jeden Kunde müssen wir ein anderes Material entwickeln. Das kann SGL durch die Langzeiterfahrung und die Grafikherstellung gut machen. Der Carbon Campus ist für uns ein ganz klares Zeichen der neuen Form der Zusammenarbeit und ein wichtiger Beitrag, um an den Zukunftsthemen zu arbeiten. Den Status Quo herausfordern, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Das ist der Anspruch des Carbon Campus. Für unsere Kunden. Für eine smartere Welt.